Willkommen zu Let's Play Cultures, die Entdeckung Wienlands. Die letzte Mission ging ja relativ schnell von der Hand. Mexiko, nach den Strapazen der Berge, wollen sich die Wikinger in dieser schönen Gegend erholen. Aber es kommt anders. Das ist eine sehr, sehr wichtige Mission. Und daraus werden wir uns was merken. Ich werde euch noch sagen was. Und dann fangen wir einfach mal an. Und zwar jetzt. Hinter den Bergriesen tat sich eine weite Ebene auf. Saftige Wiesen säumten die Ufer eines Bergsees, dessen Wasser so klar war, dass man vom Ufer aus bis zum Grund sehen konnte. Die milden Temperaturen von Luft und Wasser ließen uns die klamme Kälte der Berghöhen rasch vergessen. Ich fand Büsche, deren rote Beeren süß wie Honig schmeckten. Und ich aß davon, bis mir der Bauch schmerzte. Noch heute spüre ich ihren lieblichen Geschmack auf der Zunge, wenn ich die Augen schließe und mich daran erinnere. Mein Vater hatte mit den anderen Männern in der Zwischenzeit ein Hauptlager errichtet und die Reste unserer Vorräte dort eingelagert. Hier wollten wir uns nun von den Strapazen der letzten Etappe erholen und neue Kraft für die Weiterreise schöpfen. Und vielleicht würde uns Odin ja auch einen Hinweis auf den nächsten Sonnenstein schicken. Wir müssen einen Hinweis auf den nächsten Sonnenstein finden. Pistole. Ein Träger. So ein Schwachsinn. Bleib hier. Du wirst Kundschafter. Ach, ein Fischer haben wir hier. Das ist ja toll. Den mache ich mal aus. Und wir fangen wieder mit einem freundlichen... Den Bauernhof bauen wir mal jetzt mal hier hin. Jetzt versuche ich das mal im Einklang zu kriegen mit der Natur. Stehenbleiben. Und du erkundest. Und ich... ...mache natürlich wieder die Geschwindigkeit anders. Ah, ich mag diese Geschwindigkeit. Ich weiß natürlich, was in der Mission auf uns wartet. Und ich finde allein schon den Anfang so schön, wie ihr davon redet, wie ihm der Bauch wehtut. Also es... Einfach sowas macht Geschichten lebendig. Solche kleinen, eigentlich unwichtigen Sachen. Aber die machen das Ganze erst real. Klar, das ist für die Geschichte überhaupt nicht wichtig. Björni! Irgendwas sagt mir, dass du Farmer wirst diesmal. Oh, schön, wir haben Gold hier. So, Bauernhof. Björni ist erwachsen. Ich brauche aber irgendwo ein bisschen Holz. Ich vermute mal, das werde ich hier oben finden. Was bauen wir denn noch? Einen Lehmbearbeiter brauchen wir. Vielleicht wird Björni auch erstmal Lehmbearbeiter. Beziehungsweise Lehm-Sammler. Nyeh, nyeh. Farmer ist schnell erfunden. Und die Musik ist aus. Die Mission hat man genau. Äh, Quatsch, die Mission. Die Musik hat man. Wir haben den Bauarbeiter erfunden. Das ist sehr praktisch. Wie viel haben wir eigentlich an Vorräten? Wenig. Viel haben wir wirklich nicht. Brand. Hier wird kein Brand gelegt. Ein Geheiratet wäre erst recht keiner. Ein bisschen Holz haben wir hier hinten. So, hier hinten sind wahrscheinlich die Bären, von denen der liebe Björni gegessen hat. Gehen wir weiter. Die Mühle brauchen wir jetzt. Jetzt brauche ich die einfach mal dahin. Weil ich es kann. Irgendwann wird schon noch ein paar Bären für dich geben. Ähm, Tjordolf. Und wenn nicht mal nett, dich gekannt zu haben, wirst du nicht gleich sterben. Ja, ist gut. Die Grundschaft, da kann man halt aufs Maximale ausreizen erstmal. Und dann wirklich kurz vorm Verhungern erst was essen lassen. Ah, ein kleiner Fluss. Fließend Wasser gibt es hier nicht. Darum müsste es einfach nur dieses Grabene sein. Oder Bächlein. Solche kleinen Bäche sind das wahrscheinlich eher. Jetzt würde ich mich langsam über ein bisschen was zu essen freuen. Damit der Herr ja noch ein bisschen weiter erkunden kann. Ach, kaum mehr sind Wälder. Obwohl ich habe gelernt, gerade in Wäldern findet man nichts weniger zu essen, weil das alles in den Bäumen drin ist. Ich weiß nicht, ob du es schaffst. Alles voll mit Fischen. Aber ich bin zuversichtlich. Hier ein bisschen mehr Stärke. Du bist auch fertig. Du wirst der nächste Farmer. Und du wirst gleich mal Müller. Auch wenn du anfangs nicht viel zu tun hast. Ah, schön. Dieser blöden Kuda gehört das Haus. Das missfällt mir schon mal. Deshalb musst du sie heiraten. Ach, dem geht's doch gut. Der simuliert doch. Lebensammler. Nein. Nein. Ich will nicht schon wieder denselben Fehler machen. Ich will jetzt erst mal ein bisschen was und dann erkunden mal den Rest hier oben. Ah, ich finde es aber doof, dass ich das nicht ganz erkunden kann. Das ärgert mich schon ein bisschen. So. Oh, wir haben immer noch keinen Holzfäller. Das fällt mir gerade erst auf. Ähm, Holzfäller, wo? Oh, wir haben immer noch keinen Holzfäller. Ich glaube, wenn, dann hier oben. Liefern dann das was anderes hin. Ist es ja so? Du, tu, 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 tu. Ach nee, Mönch, Whitey. Ah, ich versagt mir. Ja. Ja. So, wir haben den Müller, dann können wir auch gleich mit der Bäckerei weitermachen. Und sie passt hier her, das ist wunderbar. Jetzt kann man auch gleich den Werkzeugschreiner wahrscheinlich. Super. Die machen das schon da oben. Und wenn die Nahrungsmittelproduktion läuft und ich die ersten drei Familienhäuser habe, dann kann ich auch meine Bevölkerung wieder erhöhen. Der Anfang ist immer relativ gleich. Man muss sich halt erstmal richtig aufbauen, bevor man so richtig schön loslegen kann. Also müssen ja die ganzen Frauen hier noch einen Mann kriegen. Du trägst das bitte erst rein, bevor du Müller wirst. Hm, da haben wir aber keinen mehr, der Weizenproduziert ist. Natürlich auch nicht so toll. Hm, ja? Aber einen Bäcker brauchen wir nun mal. Vielleicht soll ich das Erkunden auch einfach mal später machen. Andererseits, was soll's. Ich erkunde lieber gleich anfangs. Da fühle ich mich irgendwie sicher. Ich kann mir da nicht helfen. Hm, so viele süße Bären. Alle nur für dich. Ein paar süße Bären für das süße Bärchen. Ich wollte eigentlich gerade ne, ähm, neues, ähm, Dings zu Asterix & Friends machen. Dann ist mir aufgefallen, oh, das klappt ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ist das Intro. Muss ich ja später nochmal machen. Beziehungsweise ein anderes. Er weiß schon, was er tut. Ach, wieso willst du hier ständig heiraten? Was soll denn der Scheiß? Und jetzt muss der, ähm, teile Beruf erfunden werden. Und der Werkzeugschreiner wird dann, glaube ich, nochmal zum Farmer. Oh, ich mach dich einfach zum Farmer. Ich meine, dann haben wir ja halt einige ein paar Berufe erlernt. Und du? Ach man, Kind. Wir brauchen mehr Kinder auf jeden Fall. Was wird denn, was wird denn das? Ich glaube, der wusste nicht, wie er hinkommt. Und wollte dann irgendwo lang laufen. Der wäre wahrscheinlich irgendwo in der Pampa stehen geblieben dann. Ah, ja, schön hast du es gemacht. Ja. Ja. Ja, Will. Ja, Will. Ah, das kommt aber wahrscheinlich nicht so gut hin. Ja. Es ist zu steil. Ja, Will. Wahrscheinlich jetzt behalte deine Nahrungsproduktion im Auge. Oder dieses Haus steht schon lange leer. Ja, Will. Da war natürlich schon ein unheimliches Geräusch. Nicht schlecht, so ein Huuu. Das war eher ein Schlafgeräusch. Ja, Will. Mich nervt's halt ein bisschen, dass man die... ...technologie nicht einfach behält, weil... ... es wäre sehr praktisch, wenn ich dann gleich von Anfang an drei Familienhäuser bauen könnte. Wie ich das immer will. Wird. Hey, sieh mal, da ist Nahrung. Auch wenn ich sie ungern von da nehme, aber so viele Angebote habe ich gerade nicht. Wo rennt denn der lang? Ah, er wird schon seinen Weg machen. Ich glaube, aktuell mache ich noch Nahrung minus. Ah, beim nächsten Mal ist er wenigstens fertig. Oh, wir brauchen einen neuen Holzfäller und eine Farmer. So, und jetzt ist der Bruder erfunden, wenn er wieder da ist. Drei Familienhäuser. Und um das Ganze zu verbessern... Ah, ich habe das Verständnis. Wird er hier gleich der erste Bewohner. Er wird der zweite. Oh, haben wir tatsächlich zwei Farmer drin, die praktisch... Oh, der zweite. Ja genau. Aus auf 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 wir sie 가hen.